Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hockey Ultimate Team hier bei BecauseGaming is Fun. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute steht ein ganz besonderes Spiel an, beziehungsweise wir wagen mal was. Wir wagen mal richtig hart etwas. Und zwar möchte ich es euch zeigen, ich habe in unserem Team etwas geändert. Ich habe mir damals den Inform David Wolf geholt, 85er links außen. Den habe ich jetzt als Kapitän gesetzt und zwei Trainingskarten gesetzt. Jetzt gerade ist David Wolf eine 97er links außen Bestie mit 98 Skating, 97 Schuss, 93 Hände, 99 Checks, 94 Verteidigung. Ich habe ihn in unsere erste Reihe gesetzt und möchte gucken wie das funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig fett wird. Also wenn Wolf da zum Abschluss kommt, wir müssen dann also ein bisschen mehr über den linken Flügel spielen, muss ich mir merken. Und wir gehen jetzt erstmal auf jeden Fall rein ins Spiel und schauen mal was wir für einen Gegner finden. 97er links außen David Wolf. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Allgemein sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr mit diesen Trainingskarten spielen. Die bringen ja doch eine ganze Menge. Wir haben hier Chomo, Chomo Top, alles klar. Fanus, yeah, heißt der Typ. Wir haben immer noch 99 bei der Offensive, 96 bei der Defensive und 96 im Goal. Patrick Roy steht heute im Tor. Da Carey Price K.O. ist. Ach, sieh mal an, da sehen wir sogar dann David Wolf als Nummer 1 da. Oh, der hat seine 45 von Calgary bekommen. Das finde ich interessant. Entschuldigung. Ui. David Wolf hat die 45 von Calgary bekommen und nicht seine 89 von Hamburg. Das ist äußerst interessant. Tatsache. Ui, ui, ui. Sidney Crosby. Alles klar, erstmal harter Check gegen Wolf. Das wäre jetzt auch zu geil gewesen, wenn Wolf mit seiner ersten Chance das 1-0 gemacht hätte. Ich darf das Spiel jetzt auch nicht zu sehr auf ihn fokussieren. Wo ist der Puck? Da ist der Puck. Schöner Move von ihm. Sehr schöner Move von ihm. Los Angeles on the move now in the defensive zone. Pressing on with it in center ice. Heads to the front. Oh, hier ist Crosby mit dem Schussversuch. Dallas carrying it in the defensive zone. Still has control. Hier auf 2 da gerade. Tomiko Koivu. Can he generate something? Das war richtig schlecht gespielt von mir. Oh, was macht mein Carlson da? Ja, das war fast so geplant. Ui, der trifft bei den Pfosten. Mann! Ja, so wollte ich das machen. So, Mann, was machen meine Leute denn da? So, Maulkin jetzt mal rein ins Angriffstrittel. Das spielt mega merkwürdig. Komme ich gerade noch überhaupt nicht drauf klar. Wo sind wir an Spielstationen, Junge? Luke Robita. Oh, Wolf gegen Bobrovski. Aber Bobrovski hält da. Jeff Gnimalkin am Bulli. Ja, das war nicht so gut. Niedermeyer direkt gegen die Maske von mir. What the fuck? Was? Mann! Boah, wir kommen nicht an seinem Bobrovski vorbei. What the fuck? Das ist ja Wahnsinn. Boom! Was eine Granate von Corey Perry. What the fuck? Holy fuck! Ohne Assist hat sich den Puck alleine vom Verteidiger geholt. und hat draufgeballert und was für einen Schuss er da rausgehauen hat. Und abseits. Ja, komm, ist gut. Mach weiter jetzt. Oh mein Gott. 6,8 Sekunden noch im ersten Drittel. Wir liegen mit 1 zu 0 vorne. David Wolf verpasst seinen Puck da. Aber wir führen nach dem ersten Drittel. So wollen wir das sehen, liebe Leute. Und auch sogar recht Dominanz. Kann man mal so sagen. Aber er kommt mir komisch vor. Er spielt sehr merkwürdig. Ja, da wollte ich ja mit dem Pass. So, Subban rein ins Angriffsdrittel. Schneller als alle anderen. David Wolf! Mit dem Pass rüber zu Crosby. Subban! Meine Fresse, du. Oh, fuck. Ah, Perry nochmal mit einem guten Schuss gegen Bobrovski. Und Powerplay jetzt für uns. Duncan Keys! Knapp am Tor vorbei. Ähm, ja. Malkin zu Cain. Schuss. Tor. 2-0. Powerplay ganz einfach. Da hat seine Defensivzuordnung überhaupt nicht gepasst. Und das ist der nächste Stockschlag. Beziehungsweise Ruhestock. Whatever. Nächstes Powerplay. Anything you do want, you can do twice. Let's see if that applies to this particular Powerplay. On through the corner. Good call check by Yossi. The Pirates through the neutral zone. Ready the next attack. A two-on-two moving on. Und das gleiche Bild. Malkin zu Cain in der Mitte. Und da ist, glaube ich, der Ragequid. In Hamburg, sag man Tschüss. Holy shit. Das haben wir lange nicht mehr geschafft. Na, obwohl, letzte Saison haben wir es, glaube ich, gepackt. Und jetzt muss ich doch direkt nochmal was gucken dann. Zehn Minuten die Folge lang. Natürlich gibt es dann noch ein zweites Spiel. Aber vorher muss ich noch kurz gucken. Hält diese Trainingskarte? Die Trainingskarte hält tatsächlich immer nur für ein Spiel. Hm, das ist ärgerlich. Da würde ich sagen, wir haben noch diverse davon. Von daher setzen wir noch eine weitere ein. Ja, wir haben noch diverse mit plus 5 alle für Feldspieler. Da holen wir uns wieder eine von. Und dann sieht das doch wieder ganz in Ordnung aus. Lassen wir es bei einem 92er David Wolf. Ist auch nicht verkehrt. Und wir gehen direkt rein ins nächste Spiel, würde ich sagen. Ach, ja. Wir suchen uns einen Gegner. Seite wird ausgelost. Und wir finden. Team 59. Mit Joe 59 370. Jetzt bin ich gespannt. Team 59. Was kann das denn sein? Ich erkenne seinen Spieler da auch nicht. Könnte eventuell ein Patch Ready gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Auf jeden Fall gehen wir rein ins Spiel. Spielen in Calgary. Da hat er einen Taylor Hall. Da hat er einen Jonathan Tays. Und einen Tarasenko. Oh, oh, oh. Gute erste Reihe von ihm. Hat er die Legende im Tor da? Was? Ach, Crosby. Und das war ein Stockschlag von ihm. Das haben wir alle gesehen. Oh, fuck. Nein, den Pass wollte ich doch gar nicht spielen. Ein hoher Stock hat er dafür gegeben. Alles klar. Nehmen wir auch. Bum, Bobby Hall hat er da auch. Der ist eh nicht gut aufgestellt wie wir. What the fuck heaps, ey. Noch mal hoher Stock. Karlsson mit dem Hammer. Bum. 1-0 im Doppel der Überzahl. Und anderthalb Minuten haben wir jetzt sogar noch Powerplay. Nein, ach komm. Nein, ach komm. Was? Willst du mich verarschen? Das musste ein Tor sein. Das ist ja jetzt ein ganz schlechter Witz, dass das kein Tor war. Der Puck bleibt auf der Linie liegen und unser Spieler holt ihn dann von der Linie runter. Schöner Save von Roada. So, Ryan Getzlaff am Bulli gewinnt das. Bossy geht vorbei an seinem ersten Verteidiger daft. Oh. Oh, Brent Seabrook hat er da nach Verteidigung. Loll. Das war's. Loll. Schöner Move von David Wolff da. Danke im Kies geht nicht in das Tor. Ich weiß nicht wohin mit dem Puck! Drew dauert ihn mit dem Schuss! David Wolff? David Wolff? Ich will das Tor mit David Wolff Leute! Ich will es! Mal sehen ob wir es bekommen. Mann! Alles klar! Seht ihr den Puck da? Zwei Minuten noch zu spielen. Wir führen mit 1 zu 0. 10 zu 2 Schüsse sind es hier momentan. Wollt ihr mich verarschen? Geht mein Mann nicht zum Puckchen du! Das wird gefährlich! Das war ein richtig schöner Pass von ihm nach hinten! Und das Drittel ist rum! Wir gehen mit 1 zu 0 aus dem ersten Drittel raus! Ja! Oh! Er hat deutlich mehr Checks! Wir haben die genauere Passquote! Und mehr Bullis gewonnen! Ist ein interessantes Spiel! Mal sehen wie es weiter geht! Crossbeating Taves! Handvolli! Tauz! Taves! Ich will Pofak! Ja! Das war blöd! Ich will Pofak! Oh, wunderbar von Wolf da. Der jetzt zu Tarasenko. Und das war keine Strafe. Willst du mich verarschen? Das ist ein ganz schlechter Witz jetzt gerade. Ich wollte gerade sagen, so jetzt war ich nicht, ne? Ich habe das Gefühl, wir sind im zweiten Tor dichter dran, äh, auf den Fersen als er. Dem ersten. Was? Wo kam der Pokecheck denn her? Okay. Ich vergesse, was ich gesagt habe. What the fuck? Los Angeles has control of the puck in their own inn. Solid pass up the wing to Ovechkin. And now possession established in the defensive zone by Zebra. Directing that one to Doug Gilmore. He missed the net. Missing the net that badly. There's gonna be a teaching point coming from the coach when he gets back to the bench. Possession gained by Malkin. Ach, komm! Ach, komm! Komm, da kommt der Pass wieder nicht. Roman Josi! Robital! Nein! Und jetzt kommt der Konter. Aber sehr schöner Pokecheck da. Und das ist er abseits. 7.50 noch im zweiten Drittel. Wir führen nach wie vor mit 1 zu 0. Ehi, oi, 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 oi. Ach, komm! Oh, lucky! Oh, lucky! oh shit oh shit nee, noch nicht are you fucking serious now? oh fuck schöner Move von Zubernder nee, das wäre jetzt nicht so geil Mann, Wolf jetzt habe ich ein Problem fuck ja doch nicht, weil er das scheiße spielt oh Wolf kein Missbounder nein, der passt across die Kopf nicht an nein, ach komm oh 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 man man zweites Drittel rum nach wie vor die 1-0 Führung für uns immer noch ein dominantes Spiel von uns aber da muss noch einer nachgelegt werden das ist mir noch viel zu eng hier liebe Leute oh 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 wenn er kommt das passt bei crossbinden das passt bei scott niedermeier los angeles los angeles with possession in the defensive zone through center ice he'll continue oh 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 echt jetzt echt jetzt oh 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 ich krieg den richtigen passenchen nein nein wo willst du denn jetzt mal mit den passen hin oh 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 way missus I don't see too many guys get in the way of blocking that shot up they had some heat on Keith cut through the neutral zone takes his pass from the goalie the all-stars continue on in the defensive zone trying to go to Gilmore two sticks together it goes to the offense pass attempt to Doug Gilmore you need the most I'm all I'm all and there was a stock shot even if I didn't understand how he came but a stock shot against Phil Castle yes, definitely a stock shot, I see too it's me, bro but I don't know I don't know Das kann nicht wahr sein, ey. Mann! Was? Oh, da hat noch eine Strafe angezeigt bekommen. Are you fucking serious? Na, wovor hattest du denn mit dem Puzzeln? Der sollte zum anderen Mann an der blauen Linie. Oh, ja, 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 ja. Ja, da wollte ich schon wieder hin mit dem. Oh fuck, oh fuck. Oh, look at this! das kann nicht ja Das hat voll Sinn gemacht. Och, das kann nicht wahr sein. Der Pokecheck hätte treffen müssen. Der Pokecheck hätte treffen müssen. Och, komm, jetzt willst du dir den Tor dreimal angucken, oder was? Ah, wie ärgerlich, so kurz vor Spielende. Da hätte der Puck weg sein müssen. Scheiße. Ja, ganz genau. Nein, hörst du auf. Oh, shit. What the fuck? Oh, gott im Torrecenko. Oh, oh. Wollte den Puck jetzt mal bitte noch... Nein, nein, nein. Komm, ernsthaft, jetzt gibt es noch ein Eicing für 1,4 Sekunden. Scheiße, er macht jetzt nochmal richtig Druck. Das gefällt mir überhaupt nicht. Komm schon. Wenn er jetzt das Tor noch macht, ey, dann ist aber Feierabend hier. Ne, macht er nicht. So, Overtime. Also, ein sicherer Punkt auf jeden Fall schon mal für uns. Und es geht 3 gegen 3 weiter. Make some noise. Tereschenko hängt Tereschenko am Bulli. Ich denke mal, Tereschenko wird das Bulli gewinnen. Ja, joh. Da sind wir auch noch ein Subban und ein McDonaghy. Und da ist das Tor. Scott Niedermeyer geht einfach straight vorwärts. Will den Puck eigentlich noch rüberziehen. Stolpert dabei. Und er geht vorbei an Joseph. Overtime-Sieg. Jawohl, liebe Leute. So, wollen wir das sehen. Ich muss mal gucken, ob ich den David Wolf jetzt weiter drin behalte. Eigentlich gefällt er mir ganz gut. Aber er muss dann schon noch irgendwie, denke ich mal, in die zweite, dritte Reihe oder sowas von da rutschen. Für die erste ist er, glaube ich, nicht präsent genug. Aber wir gucken mal. Ja, sein Joseph. 22 Paraden. 91% Funkquote. First Star. Cut. Und wir sind jetzt nach vier Spielen schon bei sechs Punkten. Also es könnte tatsächlich mal sein, dass wir Richtung Aufstieg blinzeln können. Wir, ja, ah ne, nach fünf Spielen. Ich habe schon fünf Spiele gespielt. Zwei Niederlagen. Ah, stimmt doch. Ja, klar. Na gut, liebe Leute. Das war es dann aber auf jeden Fall erstmal jetzt von Hockey-Atom-Team. Ich danke vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein. Bis die Tage. Ciao. Ciao.